Yo Leute, was geht? Ich bin Dennis und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Und ja Leute, Mirko Rosig ist heute auch wieder back am Start. Was geht, Bro? So viele von euch haben sich gewünscht, dass ich wieder eine Challenge auf meinen Kanal bringe. Und deswegen dachte ich mir, mach ich einfach eine Wettrinken-Challenge mit Mirko zusammen. Das Ziel ist, wer von uns beiden einfach die Flasche zuerst wegext. 1,5 Liter stilles Wasser. Und wir werden safe kotzen. Ich schwöre, wir werden safe kotzen. Oh, ich werde kotzen, Leute. Deswegen haben wir zwei Behälter am Start. Falls es gar nicht mehr geht, rennen wir einfach raus. Wir haben auch zwei Kameraperspektiven. Asgüste, der zweite Kameramann mit einer kleinen Negria. Es gibt gar nicht viel rumzureden. Versuchen wir es einfach. Also pausiert jetzt das Video und schreibt in die Kommentare, was ihr denkt, wer gewinnen wird. Und das Ding ist, Leute, vor dem Video haben wir noch ein Video bei mir gedreht. Wettessen. Und was da genau passiert ist und warum ich gerade so rot bin. Und so schwitzt. Und so schwitzt. Das kam jetzt. Jetzt erst kam das. Ich bin voll am schwitzen, Alter. Guckt es euch einfach an. Link in der Beschreibung. Mit aufdrehen oder schon aufgedreht? Mit aufgedreht. Also. Bist du bereit? Nein. 1,5 Liter, Digga. Ich bin nicht bereit, Leute. Ich bin nicht bereit. Leute, lasst auf jeden Fall für diese kranke Aktion auf jeden Fall 10.000 Likes da. 10.000 Likes. Easy, Leute. 3, 2, 1, go. 1,5 Liter, 3, 2, 1, go. Nein. Deswegen habe ich so nach einem Liter aufgehört, Leute. Leute, ich muss mich entfernen. Dennis muss kotzen. Oh, warte. Oh, nein. Nein. Tu es nicht, Dennis. Oh, nein. 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 Oh, lecker. Oh. Oh. Oh, mein Gott. Oh. Ich habe gewonnen. Leute, ich habe einfach aufgehört, weil ich hatte keinen Bock zu kotzen. Oh. Ah! Oh! 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 Wie geil, Leute! Wie geil! Gibt's euch Dennis! Gibt's euch Dennis! Oh! 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 Was kommt aus meiner Nase raus? Oh! Dennis, ist es der Sieg wert? Es war sowas von wert! Hast du ihn nass gemacht, Mirko? Nass gemacht! Boah! Es war sowas von... Jeder Kotzer! War den Sieg sowas von wert gegen Mirko? Oh nein, er kotzt wieder! Ich hör gar nicht aufzukotzen, nein! Ich hör gar nicht aufzukotzen! Hört nicht auf! Hört nicht auf, Leute! Sondernews! Der Cheeseburger ist wieder raus! Mir wird langsam auch schlecht! Leute, ich weine... Jetzt kam grad die Träne! So, Leute! Das war's dann auf jeden Fall mit dieser kranken Challenge! Macht's nicht nach! Ich hab nach einem Liter aufgehört, weil ich wollte nicht kotzen! Bei mir ist er auch schon! Ich glaub, ich muss gleich noch kotzen! Boah! Ich halt's grad richtig krank zurück! Dennis, kann nicht mehr reden! Gibt auf jeden Fall einen Daumen nach oben! Dafür, dass Dennis ungefähr jetzt zehnmal gekotzt hat! Oh, ich weiß auch nicht wie oft, Alter! Abonniert uns beide! Checkt mein Video ab! Checkt Mirko's Video ab! Link in der Beschreibung! Bis zum nächsten Mal!